Hallo, hei, hei, künktig und herzlich willkommen auf dem großen Kanal. Ich habe heute Abendessen wieder zeigt, ein bisschen Knapp. Fangames, oder so ähnlich. Heute bin ich bei Five Nights at Nightmares. Halloween steht ja schon vor der Tür. 31. Oktober. Oder so. Nightmare. Ich bin ja noch gesprengt. Nightmare. Really? Sieht doch die FNAB 4. Really? Ich guck... Ich guck... What? Blöde. Ich sag nur eins. Mies. 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 Leute, was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Ich gucke nicht mehr. Was ist das für eine Scheiße? Obergrütze, Leute. Das gibt es eine 4 Location. Zuerst steht einfach da rum. Das ist der absolute Albtraum. Jetzt geht es immer zurück. Jetzt musst du erst wieder die Maske nehmen. Das ist ein Oberschrott. Und nun? Jetzt kommt wieder zurück. Kapiert ihr das? Leute. Ich weiß, was sich die Leute als einbilden, oder denken, vorstellen, was sie hier eigentlich machen. Man kann doch nicht so eine Scheiße rausbringen, oder? Das ist ja der Ober-Ober-Oberhammer. Ich habe eine Kamera. Und er steht hier. Ich habe kein Flashlight. Ich habe überhaupt kein Light. Ich kann überhaupt nichts machen. Ich kann hier meine Maske nehmen. Ich kann sie aufsetzen und das La Paloma rückwärts pfeifen. Was soll ich noch sagen? Rutsch, hör auf mit solchen Spielen. Tun Sie das nicht mehr an. Wollt ihr, dass ich aufhören mit FNAB-Fang-Games? Dann schreibt das bitte mal in die Kommentare. Oder interessiert es überhaupt noch jemand? Schreibt das mal in die Kommentare. Wollt ihr anderen Content sehen? Schreibt es mal in die Kommentare. 1 Uhr. Leute, es ist immer noch 1 Uhr. Und tut... Es tut sich gar nichts. Er kommt weder rein, noch macht sonst was. Er steht ja nur blöd rum. Der Foksi. Jetzt fällt mir das Festbrett raus, oder? Man muss ganz an den äußeren Punkt gehen, dann funktioniert es. Leute, jetzt ist schon... Warum läuft das hier mit? Diese... Warum? Ich mag einfach nicht mehr Leute. Ich habe keinen Bock überhaupt sonst zu spielen. Aber das... Das ist schon cool, wenn sie gut gemacht sind. Aber das... Das macht für mich keinen Sinn. Ich mag einfach nicht mehr. Verstehst du? Und da würde ich jetzt zum Ende kommen, weil... Bevor ich mich hier noch... Ich weiß nicht... Schreiend rausrennen, oder sonst was? Ich weiß es nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch für's Zusehen. Wir freuen mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Auf einmal rausgegangen. Bitte bewertet doch dieses Video. Schreibt was in die Kommentare. Und falls ihr könnt abo, habt ihr einfach nur aufs Kippchen drücken. Also... Press den Head-Button to subscribe for the channel. Glocke aktiviert, ganz wichtig. In diesem Sinne... Genießt das Leben. Enjoy life. Das war Five Lighted Nightmares. Ja, der pure Alptraum. Der Wahnsinn Alptraum. In diesem Sinne... Genießt einfach nur das Leben. Enjoy life. Bye-bye. Jörg, der Wahnsinn. Aber es ist einfach nur das Wahnsinn. Aber du... Ich... Keine Kurve.